Wir befinden uns hier beim Wahrzeichen des Bergischen Landes, Schloss Burg im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper. Seit dem 12. Jahrhundert war dies die Stammburg der Grafen und späteren Herzöge von Berg. Und was das Ganze mit dem Telekom-Netzkanal zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt. Schloss Burg ist die größte rekonstruierte Burganlage in ganz Nordrhein-Westfalen und damit natürlich ein absoluter Tourismusmagnet. Über 300.000 Besucher sehen sich jährlich diese Burganlage an. Und die wollen natürlich auch alle tolle Fotos verschicken. Und hier kommt die Telekom und der Mobilfunk ins Spiel. Denn bisher ist diese Burg nur mit 2G, also mit Edge, versorgt. Das reicht nicht für eine schnelle Datenübertragung. Der Bergfried ist der höchste Punkt der Burganlage und eignet sich dadurch natürlich auch am besten für den Mobilfunkstandort. Aktuell ist die Antenne dort in der Fahnenstange integriert. Jetzt möchte man aber hier auch einen LTE-Standort realisieren. Und dazu müssen sich alle Beteiligten zusammensetzen, um eine bestmögliche Lösung zu finden, die auch immer dem Denkmalschutz geschuldet ist. Also wir haben ja den Turm gerade frisch saniert. Natürlich auch unter strenger Beobachtung der Denkmalpflege. Und dementsprechend sind natürlich auch die Standards hoch, was den Einbau von technischer Infrastruktur angeht. Also sie sollte möglichst nicht sichtbar sein im Dachgeschoss. Ich denke, das wird auch gelingen. Im Moment ist die Situation auch so, dass man noch Teile der Sendeanlage sieht. Das Ziel ist, dass wir in Zukunft davon nichts mehr sehen. Und wenn man sich vorstellt, dieser Turm hat keinen Aufzug. Alle Bauteile müssen händisch die engen, schmalen Treppen hochgetragen werden. Das ist schon immer spannend zuzusehen, wie das so funktioniert. Und in der Tat sind die Wege nach oben schmal und sehr eng. Das wird eine große Herausforderung für unsere Kollegen, dort mit schwerem Gerät nach oben zu kommen. Jetzt sind wir in der obersten Etage des Bergfrieds, also dort, wo auch noch die ganzen Touristen hinkommen. Um jetzt zu schauen, wo die Mobilfunktechnik ist, müssen wir aber nochmal eine kleine Etage höher. Der Dachboden des Bergfrieds. Hier ist der Technikraum. Aber es ist wirklich nur Platz für das Nötigste. Der Fahnenmast, in dem die Technik der Antennen versteckt ist. Hier wird sich in nächster Zeit noch so einiges verändern. Die alte Antennenanlage haben wir jetzt gesehen. Es soll demnächst eine neue kommen mit LTE. Und da fragen wir natürlich unseren Experten, wie die aussehen soll. Herr Weinbrenner, wie sieht denn die neue LTE-Antenne für die Deutsche Telekom hier aus? Wir können sie nachher gar nicht mehr sehen. Sie kommt unter das Dach. Insgesamt sind es ganz normale, moderne Mehrbandantennen. Das heißt, in dieses eine Antennengehäuse, was man eigentlich von den Dächern her kennt, sind insgesamt sieben elektrische Antennen verbaut. Die werden aber unter dem Dachhaut von dem Bergfried montiert, sodass man von außen gar nichts mehr sehen kann. Also für die Besucher dieser Burganlage wird es ab Fertigstellung nichts mehr von außen zu sehen sein. Bis auf, dass man im Handy auf einmal LTE-Empfang hat, den man vorher noch nicht hat. Was sind denn so die Schwierigkeiten, auf die man auch trifft, wenn man einen Mobilfunkstandort in einem denkmalgeschützten Gebäude realisieren will? Oh, das sind eine ganze Menge an Schwierigkeiten. Stichwort 1 Denkmalschutz. Die haben in der Regel sehr konkrete Vorstellungen, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Hauptgrund dabei ist Erhalt der historischen Bausubstanz. Und wenn man dort eingreifen will, Kabelkanäle, Deckendurchbrüche und sonstiges, kriegt man große Schwierigkeiten. Und natürlich auch das äußere Erscheinungsbild. Deswegen wechseln wir jetzt hier von einer Antennenanlage, einer sehr kleinen, unauffälligen Antennenanlage, die oben am Pfannenmast montiert ist, und das Dach, dass man es von außen nicht mehr sehen kann. Weil die neuen Antennen, die wir aufbauen, werden erheblich größer sein. Also sie würden erheblich mehr in Erscheinung treten. Und das war im ersten Planungsentwurf, den wir hatten, so nicht akzeptiert worden von der Denkmalbehörde. Was für Benefits gibt es denn jetzt zusätzlich noch? Ich denke jetzt auch mal an die Umgebung, die Stadthalle, die quasi auch über den Bergfried mit versorgt werden. Worauf können auch die sich freuen in Bezug auf Geschwindigkeit? Ja, es ist schon so richtig. Dieser Bergfried ist eine etwas exponierte Position hier in dem doch sehr zerklüfteten Bereich von Solingen. Und wir sind hier der einzige Flächenversorger in dem Bereich. Also Unterburg und Schloss Burg werden von diesem Funkstandort versorgt, sodass also auch wir für die dort lebende Bevölkerung in Zukunft Breitband über Mobilfunk zur Verfügung stellen werden. Nicht sogar nicht für die Telekom alleine, sondern für alle drei Netzbetreiber. Denn dieser Umbau, den wir hier machen, ist eine abgestimmte Arbeit für alle drei Netzbetreiber. Ja, die Frage, die natürlich auch alle interessiert, wann geht es denn dann letztendlich los? Ja, wir sind aktuell in der Planungsphase noch. Jetzt kommt als nächstes die Vertragsunterschrift. Und dann müssen wir schauen. Ich habe so als groben Rahmen, dass wir im Winter diese Anlage montieren werden. Sende beginnen wahrscheinlich im Frühjahr, im nächsten Jahr, wenn dann hier wieder der große Betrieb stattfinden wird. Aber wir sind zur Zeit in einer Situation, wo wir das noch nicht genau sagen können. Vielen Dank. Wir sind auf jeden Fall zur Montage wieder dabei. Herzlichen Dank. Wenn es hier mit dem Umbau richtig losgeht, sind wir mit dem Telekom Netzkanal natürlich auch wieder vor Ort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentarleiste. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Vielen Dank.